Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Letzte Runde haben wir ja gewonnen. Also wir sind ja gleich, also mein Bruder war schon. Dann haben wir uns den Eisbären gekauft in der letzten Folge. Der irgendwie nicht ergriff ist. Nein, den bekommst du als Fänger. Los, Glück. Nicht Glück als Grunde. Ja, bin ich Bruder oder was? Ja. Hä, warum sammelt sie die ein? Ja, den letzten habe ich. Ja, ich bin vorher gewesen. Hallo. Was? Was? Nein, klar. Schaust du drückbar, du hast kein Fernseher da. Ähm, doch habe ich sogar. Nimmer dir. Oder eigentlich hinter dir. Nein, hinter mir ist ein Schrank. Innen. Aber auch der Fernseher. Ja, meins. Mein Gott. Piss. Ah, sie schurcht schon. Mhm. Sie schurcht schon. Schurcht schon. Ja, mein, sie ist in meinem Versteck. Da wo ich immer bin. Geh mal rein. Ja, jetzt ist er um. Okay. Pass auf, sie kommt kurz zum Tisch, der. Ah lol, sie haben ja gerade gesehen, wie er umblätscht, der. Ah nee. Bin ich doof oder bin ich doof? Ich darf sie in die Kommentare schreiben. Mann. Wo geht? Ist das in der, in, im Waschbecken, äh, Teleport? Ja. Alter, wie ist das? Jetzt sind. Das ist doof, äh. Als ob da keiner ist. Ja, wahrscheinlich weiß den keiner. Da gehe ich nicht so hin, wenn wir da sind. Mann, ich komme nicht drauf am Tisch. Ich, äh, inkompetent. Oh, jetzt wäre es so. Oh, wer hat denn hier die Coins liegen lassen? Ich habe die anderen drei eingesammelt. Ich komme rauf. Warte, wo ist sie? Dann gehe ich runter. Okay, sie ist noch relativ weit weg. Ich habe sie sogar nicht gesehen. Schreibt in die Kommentare, welche Musik ihr hört. Ganz wichtiges Thema. Junge. Wo ist der Sieger? Jeder, der Deutschrap hört, kann jetzt mal ausschalten. Ähm. 90% alle. Von deinen drei Aufrufen bleibt zwei Likes und ein ist so nah, ungefähr. Zwei Dislikes, ein Like. Egal. Ich habe 100 Abonnenten. Was willst du von mir? Scheiße, was du? Habe ich. Scheiße, was du? Habe ich. Du wursch. Du kannst nachschauen. Gott sei Dank habe ich immerhin die Dach. Das bleibt unter uns. Was? Bist du tot? Ja. Was hast du getan? Äh, das bleibt unter uns. Sehe ich im Video. Ich muss nicht sein, dass ich es hoch lade. So. Muss. Ah, sie kommt, glaube ich, zu uns. Ja, sie kommt zu uns. Bist du schon unten? Oder laufst du da? Ah, Hielner. Ah. Mann, ich dachte, sie wäre oben. Mann, du kannst kommentieren und du bist wenigstens nicht traurig. Tschüss, Leute. Alter, komm drück. Hello, mein Freund. Ich glaube, das war nicht so gescheit, dass ich dir jetzt eine... Aja, mir. Ah, ist sie dumm. Ja, Mann. Ja, schau jetzt. Ja. Ich muss mal gucken. Mann, dieses verkackte iPhone. Scheiße. 102. Alter. Zehn Aufrufe. 13 Aufrufe. Ja, wir haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Ach, nacht. Danke für die 10 Coins. Boah. Acht Aufrufe. 17, 29. Ja, ihr Bauch. Ihr Bauch. 12. Äh, weiß ich nicht. Können wir nicht auch ein Eifteam machen mit einem komischen Ausbruch haben? Äh, mit Mobizen live. Ja, wir machen nachher einen Livestream. Ja. Morgen. Nein. Nein, morgen ist Wochen. Doch? Nein, morgen ist Wochen. Egal. Ja, dann machen wir vielleicht heute noch einen Livestream. Ach so, geht's schon los. Hello, my friend. Wo warst du hin, gell? Warst du zum Washbecken? Mhm. Weil du hast ein Teleporter. Wo ist das? Ach so. Warte, das. Ah, Strike. Oh, hä? Wo bin ich? Kommt der Täterstörer rum? Ich muss da mal los, wegen Copyright-Kunden. Ja, ich schöne dich leiser. Ganz willkommen. Hello, I am here. Pfeifen darf ich ja, oder? Mhm. Also, wenn es nicht zu erkennbar ist. Okay, komm. Du machst jetzt aus. Du findest mich ja nicht. Jo. Ciao. Ja, Leute, was soll ich jetzt erzählen? Schaut mal gerne bei meinem Kanal vorbei. Lukas-musik- Unterstrich Kommt gelegenheitlich So kleine Songs Ja. Vielleicht auch mal ein Livestream. Ich mach heute Mach ich ein Livestream. Wenn er das Video gleich hoch hält, Dann mach ich noch ein Livestream um 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 halb zwei um halb zwei Ja, du hast gerade irgendwas nachgedacht bekommen. Mit Herz eingespeichert gehabt. Ja, du musst das Video sofort hochladen. Du musst das Video sofort hochladen. Oder nein, ich hab keine Abonnenten. Oder nein, ich hab keine Abonnenten. Schon doch drei, aber... Ja, schon doch drei, aber... Ja, gut, ey... Ich hab ich schon probiert, bisschen Werbung machen, aber... Bisschen Werbung in eigener Sache... Aber ich glaub, das funktioniert nicht. Jetzt... Okay... Mach mal ein Video auf deinem Kanal. Okay... Mhm... Von deinen 100 Abonnenten werden wir schon ein paar zuschauen. 102, 3, 2... 102 Abonnenten hab ich. Eeeh... Ello, mein Freund, Ello! Alter, der beste Satz, mein Freund. Ello! Der beste Satz von meiner Freund aus der Schule. Wuhu! Der hat den Kanal, der heißt... Da hat... Bei Fresh... Geliessen heißt... Werden sein. Ähm... Das ist keine Werbung. Der hat... Na, keine Werbung. Gibt auch andere coole Kanäle. Äh... Der hat gesagt... Ich freu mich schon auf die 1000 Abonnenten, weil dann kann ich Werbung schalten. Äh... Bruder, da... Da denkt man sich... Richtig, richtig! Kein bloßes Wort sagen. Ja. Und äh... Ich will nicht geil sagen, also... Es fangt mit S an. Der hat doch, ähm... In der Früh hat er uns den YouTube-Kanal gezeigt, dann waren wir zwei Stunden später, also zwei Schulstunden später, ähm... sind wir auf seinen Kanal gegangen. Auf einmal hat er 100 Abonnenten, ne? Und er hat gesagt, er hat sie nicht gekauft, aber... Vorhin von drei Abonnenten auf einmal noch 100 Abonnenten, das... Innerhalb von zwei, also innerhalb von einer Stunde... Zweimal 45 Minuten. Ja, also eine Stunde und dreißig Minuten. Na? Doch. Ja, ja, 90 Minuten. Hallo! Achso, ist schon... Ja. 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 Der... Der... Ja, dann... Tschau, Leute! Wir sehen uns beim Livestream! Wir sehen uns beim Livestream! Wooo!